Jetzt gucken wir mal, da hinten geht die Sonne auf. Auf der Mode haben wir früher Plattwäsche gefangen, ohne Ende. So Horst, als alter Hechtangler habe ich natürlich meine Hechtrude mitgebracht. Aber meine Route biegt sich immer ähnlich, wenn ich einen Kaulbarstrand habe. Matze, siehst du, ich habe erstmal den Kleinen gefangen, um dir zu zeigen, wie sie aussehen, und dann hast du gleich einen großen Achtgewicht. Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Dann werde ich das mal mit einem natürlichen Fahrmuster versuchen gleich. Wieder etwas besserer, würde ich mal sagen. Bin ganz stolz. Wir geben uns immer generell Mühe, was wir lassen gerne den Gästen in Vortritt. Ach Horst, du hast so Kaulen. Was meinst du? Geile Stimmung, oder? Das nochmal an morgen, du. Der erste richtig frostige Morgen in diesem Jahr. Raureif hier auf dem Steg. Wir stehen vor dem Kurra, Horst und ich, und wollen mal ein bisschen die Dorsche ärgern. Am äußerst nördlichen Zipfel von Deutschland habe ich mich hingeschleppt. Der wohnt ja echt, wo der Hund begraben ist. Das ist ja echt nicht wahr, sowas. Aber ist richtig geil hier bei dir. Und ich fürchte, du musst mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin nämlich so ewig nie auf dem Kutter gewesen. Da will ich mir beim Europameister gerne mal ein paar Tipps holen. Du, ich habe extra das Wetter für dich bestellt, Matze. Guck mal, wunderbarer Sonnenaufgang. Das hättest du nicht bestellen können. Das ist ja wie bei dir irgendwo da am Karpengewässer, weißt du. Und dann wollen wir sehen. Jeder Fisch muss erarbeitet werden. Aber ich bin froh Mutes. So ein Dorsch werden wir wohl auf die Planken zwingen heute. Gut, dann erarbeiten wir uns fast. Und dann hieß es aufgeentert. Mann, war das lange her, dass ich einen Kutter betreten habe. Das letzte Mal auf der Nordsee bei sechs Windstärken auf Makrele. Da ich zwar ein gestandener Ostfriese, aber kein wirklich gestandener, seefester Seebär bin, kam es mir entgegen, dass die Ostsee da lag wie ein Ententeich. Und langweilig wurde es mir auf dieser Fahrt in keiner Sekunde. Denn Horst hatte immer irgendwas zu erzählen aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Also wir verlassen hier jetzt gerade den Hafen Martholm. Also Martholm liegt strategisch sehr günstig. Wir sind jetzt gleich auf der freien Ostsee. Hier haben wir ein relativ schmales Fahrwasser. Die Schleich ist ja so ein Windfjord. Aber da hinten ist schon Schleimünde. Da fahren wir dann gleich auf die Ostsee. Und ich schätze, in einer halben Stunde werden wir das erste Mal versuchen, unsere Köder das Wasser zu verbringen. Und dann, dass wir den ersten einen oder anderen Dorsch fangen eventuell. Meist du das? Du bist der Optimist? Absolut. Super. Sonst würde ich ja nicht losfahren. Ich liebe diese Stimmung. Guck mal da hinten, geht die Sonne auf. Hier die Ruhe an Bord, weißt du. Nachher vielleicht um die Wölfe reichen. Und wenn der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nimmt, dann wärst du schon kribbelig und nervös. Dann merkst du dann. Und die ersten, die vier wären dann richtig schon. Der Kapitän hupt dann eigentlich, weißt du. Aber eigentlich musstest du schon den ersten Dorsch haben, bevor er hupt. Das sind die ganz Ehrgeizigen hier. Auf der Mode haben wir früher Plattfische gefangen ohne Ende. Wir waren nicht in der Lage, die wegzutragen. Früher war das ja ein Militärgebiet, hier ein Sperrgebiet. Da wird jetzt ein Feriencenter gebaut. Da sind wir auf diese Mode gelaufen, haben da Plattfische gefangen. Das war unfassbar. Von Horsts unerschütterlichem Optimismus lässt man sich doch gerne anstecken, oder? Nachdem ich die schönen Impressionen ein wenig auf mich wirken lassen hatte und wir den Fanggründen näher kamen, wurde es Zeit, mein Gerät fertig zu machen. Und da ist die Frage, hatte ich überhaupt das Richtige dabei? So Horst, als alter Hechtangler habe ich natürlich meine Hechtrude mitgebracht. Ich hoffe, damit bin ich nicht falsch. Nein, absolut nicht. Also im Gegensatz, du hast ja gesagt, vor 30 Jahren hast du das letzte Mal auf dem Kutter geangelt. Damals hat man ja noch so geprügelt benutzt, weil es ja diese Pilgruten, die man zum Erschlagen von den Fischen genommen hat. Und heute fischen wir ähnlich, als wenn du auf Zander twisterst. Also ruhige Führung. Und gerade in der kalten Jahreszeit der Dorsch ist ja kein Schnellschwimmer. Er hält sich relativ dicht am Grund auf. Und ich vertraue meiner alten Methode, was so ein Beifinger. Also klassisch Jagdpilger ohne Drilling. So kleine Köder nimmst du? Ja. Okay. Hier dicht vorm Ufer ist das sehr krautig. Wie war aber wichtig? Also ich schwöre auf Japanrot. Ja. Wenn die Farbe nicht läuft, wechsel ich mal. Aber wenn Japanrot nicht läuft, dann laufen alle anderen Farben auch nicht. Also ich gebe nicht so viel auf Farbe, aber das ist schon meine Lieblingsfarbe. Gelber Kopf, rot ist Gummi. Ja. So ich hätte mir jetzt sowas eingebildet hier. Ich hätte in der Fischumfang schon einen Artikel gelesen von Jens Börsel. Einer der besten No-Rounder, die ich so kenne. Und ich lerne auch noch von den Artikeln in der Fischumfang. Das ist kein Witz. Ich lese da auch drin und lerne was dazu. Und habe mir jetzt, wer weiß was eingebildet, ich habe eine geile Dropshot-Montage dabei. Weil ich auf Hecht auch gerne mit Dropshot fische. Und dann sehe ich, Horst, das ist ja eigentlich gar kein Unterschied zu dir. Das ist ja nur ein Beifänger eigentlich. Genau. Die Mundschule wird da länger. Aber wie gesagt, man vertraut immer auf dem, womit Erfolg gehabt hat. Ja, klar. Und die anderen Angler am Bord angeln hier teilweise mit reinem Gummifisch. Guck mal, der Kapitän sucht jetzt. Der hat die Fahrt aus dem Boot genommen, er hupt. Die ersten geilen Angeln schon hier. Die können es gar nicht abwarten. Und erfahrungsgemäß versuche ich erst immer, einen Fisch dicht am Boot zu fangen. Weil ich hoffe, dass der Kapitän ein paar Fische auf dem Echolot gesehen hat. Du bist ja ein Fuchs. Also immer ruhige Bewegungen, Matze, wie du das vielleicht vom Zandangeln kennst. Was so Gummifisch immer schön über den Grund tanzen lassen. Denn die Hauptnahrung der Dorsche sind hier Krebse. Und meistens haben die sehr viel Krebse im Magen, wenn wir die nachher auseinander nehmen. Okay. Dann werde ich das mal mit einem natürlichen Farbmuster versuchen gleich. Entgegen allem, was ich hier so sehe. Die werfen wieder alle mit ihren grellen Farben. Ich werde das mal Natur dran machen jetzt. Und Hein hat mir gerade verraten. Die Dorsche mögen das. Silbergrau. Da kommt der erste Dorsch. Ja, der erste ging auf den Gummifisch, den ihr da im Maul seht. Gedeckte Farbe mit ein bisschen Glitter. Hat geklappt. Nur einen Fehlbiss hatte ich. Und man kann es auch gut sehen. Dann hat er sauber runtergezogen und verknautscht. Ja, Mensch. Biss versemmelt. Sowas Blödes. Das ärgert mich jetzt doch. Ich kann nicht gedacht, dass ich auch noch der Ersten sein würde, die Biss hat. Bin ganz stolz. Wir geben uns immer generell Mühe. Wir lassen gerne den Gästen in Vortritt. Ach, hörst du auf so Kaulen. Wenn du Biss hast, dann wartest du noch eine Weile oder was? Wenn ich merke, dass ich Biss habe, dann ziehe ich nur stramm. Also ich schlage nicht wie so ein Wilder an. Weißt du, weil die kommen ja noch mal wieder. Bloß wenn du jetzt so wahnsinnig ansehen willst, weißt du, dann hauen sie natürlich ab. Aber wenn ich jetzt merke, da nuckelt jemand und der schießt vorbei, dann halte ich eben noch ein bisschen stiller. Und dann nur so aus dem Handgelenk, weil der geflochten ist, nur weißt du über das. Das ist kein Thema. Die schlagen sich im Grunde genommen selbst an. Der Kapitän sucht jetzt, was er fährt hier seine Position an. Wir behalten uns immer noch relativ ubernah auf. Fährt nachher auch ins Zifere. Der kennt sich in dem Revier sehr gut aus und gibt sich immer alle Mühe. Also die mehr, da kam auch gerade vorne wieder ein Fisch auf Gummifisch. Dass die Kapitäne nur rausfahren, um abzukassieren, das ist vorbei. Also die Kundschaft ist heute schon so kritisch und das spricht sich so schnell rum. Ob ein Kapitän gut ist oder weniger gut ist. Weiß nicht, ob er gut fängt oder weniger gut fängt. Also das ist schon, da leben sie einfach vorne. Ja klar. Dass sie zufriedene Gäste haben. Moin Martin, sind ja heute bei dir an Bord. Die ersten Dorche sind schon gekommen. Hast du Anzeige oder nach welchen Kriterien fährst du jetzt? Also viel Fischanzeige ist nicht. Aber wir haben ja über unsere Stellen, die wir anfangen, wo Stein und Muschelgrund ist. Im Moment sind wir hier auf 10 bis 11 Meter. Was da tiefe ist. Aber wir haben ein bisschen wenig Drift. Auf dem flachen soll man gerne noch ein bisschen mehr Drift haben. Aber da, einer kommt da. Oh ja, da kommt vorne auch schon wieder ein Fisch. Du siehst alle, die Fische alle mit relativ feinen Ruten haben nicht mal diese schwere, starke Geschirr. Ja, der jetzt, wenn den dran hat, der hat ja echt eine feine drauf, ne? Ja. Richtig feine Rute. Oh, sieht gut aus. Ja, willkommen hier und heute mein dritter Du. War gerade erst angefangen. Da ist er. Auf Gummifisch. 4-0. 50 Gramm. Auf geht's. Gibt's hier denn Kaulbarsche? Nein, das gibt ja natürlich große und kleine. Ja, weil meine Rute biegt sich immer ähnlich, wenn ich einen Kaulbarsch dran hab. Ja, die gab auch eins. Das ist aber ein bisschen besser als seine Kaulbarschnummer hier. Ich wollte euch ja nur zeigen, dass es hier auch kleine Dorsche gibt. Der holt ja seine Eltern wieder, ne? Sagt ihm Bescheid, wie nett wir hier sind. Dann macht er sich das. Geht doch mit Dropshot. Mit Dropshot, aber auf welchen Haken er gebissen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich hab unten nämlich einen Gummifisch dran. Ja, der ist am Gummifisch. Meinst du? 100 Euro. Danke dir. So, da ist der erste Dorsch. Der hat auf den Gummifisch gebissen oder was. Und nicht auf den Dropshot. Petri, Matze, siehst du, ich hab erstmal den Kleinen gefangen, um dir zu zeigen, wie sie aussehen. Ja, ich hab das schon verstanden. Und Horst brät mir den Fisch. Ne, Horst? Ich filetier dir auch. Auch das noch, was ein Service. So nach und nach standen immer mehr Routen krumm. Allerdings alle im Schatten von André, der ein richtiger Spezialist ist. Und dessen Routen auch krumm waren, wenn die anderen überhaupt nichts mehr fingen. Offensichtlich lockte er die Dorsche auf ihm eine mysteriöse Weise an. Ist heute etwas zäh, aber die Qualität oder die Güte der Dorsche ist eigentlich ganz brauchbar. Wäre schön, wenn ich die anderen auch mal am Fang beteiligen würde. Da musste sich André mit seiner leicht sarkastischen Anspielung aber keine Sorgen machen. Denn schließlich kamen die Dorsche überall ins Boot. Auch Europameister Horst ließ sich dann am Ende nicht mehr lange bitten. Was ist los, Horst? Wieder ein Kau über Arsch? Du, seitdem ich euch die ganze Zeit den Vortritt gelassen habe, wollte ich euch zeigen... Ja, sieht ja besser aus. ...dass wir den einen und anderen noch hier rausgekitzelt kriegen. Ich war schon nahe der Verzweifung. Ich wollte schon auf Rummifisch umsteigen. Die werden hier so rübergejubelt. So machst du das? Ja, genau. Das Gerät, das ihr manchen versteht. So eine dürftige Makrete ist doch noch halb so groß wie meine. 38 Zentimeter ist doch schon was für einen Dorsche. Ne? Fischi, Fischi! Wieder etwas besser, würde ich mal sagen. Auch wie André gerade schon sagte, ich bin auch der Meinung, Farbe ist nicht so wichtig. Wichtiger ist die Köderführung. Man muss schon ein bisschen aggressiver sein heute, habe ich das Gefühl. Wichtiger ist die Köderung da? Das sieht vor allem catch & release nicht so schön aus. Aber das geht nicht anders. Da hat er ihn voll weggemümmelt, mein Kopito. Na bitte, das ist doch schon ganz schöner. Du hast ja eine große Familie, Matze, nicht? Die hören sich alle alleine. Kontrollieren. Locker 42, Jungs. Ja, also ich habe so ein 13 Zentimeter Kopito drauf und die Fangtechniker hat mir Matze Koch erklärt. Er hat gesagt, ganz langsam führen und so zuckartige Bewegung reinbringen. Und dann hat es geklappt. Ist das meiner oder Matze seiner? Deiner. Komm hier mal ausklicken, dann kann man ihn drauf nehmen. Oh, hat er den genommen. Du kopiert ja dich und so, Matze, dass er genau auf dein Platz angelt, ne? Ja, genau. Weißt du? Schöner Dorsch. Matze, danke für die Köderführung. Für die Köderführung. Unsere Ausländer wieder hier. Da, eins. Ich glaube, es ist noch einer drinnen. Da. Jetzt hat er gerade alles wahrscheinlich gefressen. Ja, auch dieser Dorsch hat sich von Krebsen ernährt. Also überwiegend. Wir sind hier auf krautigem Grund. Und die Hauptnahrung der Dorsche sind einfach die Krabben oder Krebse. Deswegen fangen die Gummifische auch so gut. Das ist ein Krebsimitat. Aber Japanrot geht auch. Das ist wirklich ein Sammler, der hat ihn richtig schön inhaliert. Kurz vor der Mittagspause hat sich dann doch nochmal ein Dorschwein des Jigs erbarmt. Japanrot hat mich dann doch nicht in den Stich gelassen. Aber ich will den anderen ja nicht nachäffen. Die haben ja mittlerweile alle auf Gummifisch umgestellt. Ich bleibe meinem Japanroten liegt treu. Und wir sehen, heute Abend sind ja gerechnet. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin froh, dass das ist mein Erster. Ich bin ganz begeistert. Endlich mal Zuch auf die Sehne. Hoffentlich ist er nicht der Letzte. Nein, das sollte ganz bestimmt nicht der letzte Fisch des Tages sein. Ganz im Gegenteil. Egal ob klein oder groß. An diesem wunderschönen Angeltag, bei diesem traumhaften Wetter auf der Ostsee, war wirklich am Ende fast jeder zufrieden. Ostseeluft macht auf Dauer doch ganz schön müde und hungrig. Da wurde es Zeit, Mittagspause zu machen und die rustikale Hausmannskost sich zu Gemüte zu führen. War Zeit. Bitteschön. Auch eine Suppe. Bitteschön. Danke. Gute Appetit, Matze. Ja, hau rein, Horst. Das muss jemanden auf der Ostsee mal schön stärken können. Die schönste Zeit verfliegt bekanntlich immer am schnellsten. In den Nachmittagsstunden beschlossen Horst und ich, den anderen Dorschanglern ein wenig über die Schulter zu sehen. Vielleicht war da ja noch die eine oder andere Besonderheit rauszunehmen. Hier ist einer, der jetzt neu angefangen ist. Der angelt meines Erachtens mit einer totalen Rolle. Monophiler Schnur, Wettkampfbremse hinten. Was du frei laufst, brauchst du beim Meeresfischen nicht. Also besser ist eine größere Rolle, geflochtene Schnur, dass du schneller rein wohnen kannst. Hast du gemerkt, dass ich oben auch eine Freilaufrolle fische? Ja, du bist ja auch kein erfahrener Meeresangler. Kannst du das mit ihm gleich nochmal drehen, Obo. Das ist ja auch kein erfahrener Meeresangler. Aber was zu Salzwasser ist sehr aggressiv. Ich hatte ehrlich gesagt, wir lassen es überwiegend ab. Da ist Freilauf für dich genial, ne? Absolut, aber so bei Meeresangeln, du hast ja auch mal anderes Wasser. Wenn Salzwasser rüberschlägt, je mehr eine Rolle ist, je mehr kann das Salzwasser sehr aggressiv. Also die Rolle in Mitleidenschaft ziehen. Also besser ist eine robuste Stationärrolle, eine Nummer größer und eine gestochte Stur drauf. Du hast den direkten Kontakt, wissen wir fast alle, dann bist du schon vom Vorteil. Hier stehen die absoluten Experten. Die haben jetzt schon, glaube ich, zwölf hast du, Thomas, ne? Zwölf, ja. Zwölf Torsche und du hast? Neun. Neun, ne? Alles mit Gummifisch gefangen. Also der Gummifisch ist heute eindeutig besser, das hast du dir selbst auch erfahren. Ja. Was waren denn die größten bei euch? Um die 60, 65. Ja, und überwiegend noch kleiner, ne? Die meisten. Man sieht schon, dass die Tendenz dahin geht nicht. Die fangen sehr viel mehr, weil sie auch sehr kleine Gummis benutzen, haben weniger Fehlbisse. Ich habe zum Beispiel fünf Stück versemmelt und dafür haben wir oben mehr Klasse, nicht? Also mehrere, die an die 70 gehen. Wie groß hat die Gummis? So kann man sich seine Dorsche auch ausselektieren. Bitte? Drei Nuller. Nein, die Gummis. Zwölf Zentimeter, 15 Zentimeter. Ne, doch kleiner. Das sind so paar Gummis. Ja, können wir gleich vielleicht mal zeigen. Ja, sag ich ja. So zehn Zentimeter Dinger oder was die da haben oder acht. Und fischst du die ganze Zeit jetzt mit dem gleichen Gummi oder? Ja. Ich habe mich in den Kleinen verliebt. Ja. 40 Gramm Kopf oder wie schwer fischst du? Ja, an trifft 40, ab trifft 50. Ja. Und hast aber auch Monifolius Vorfach vor, ne? Ja, hab ich. Direkt eingeknotet, ne, geflochtene? Ja. Du auch, Thomas? Ja. Ja, ja. Habt ihr Fluorcarbon oder normale Monofil? Normale Monofil. 50er oder 60er. Am Dorschen. Rein. Und ihr schwört beide auf die Krebsfarben des Orangefarben, der das ist der Bringer heute, Schon immer gewesen. Ja. Wir hatten uns ja schon vor 14 Tagen hier getroffen. Ja, richtig. Dann hast du ja auch den Kutter gewonnen und mit 14 Dorschen, das war schon eindeutig das Ergebnis. Du fischst ja ganz klassisch. Ja. Pilger mit Drilling, Beifänger eingeknotet. Ja. Keine Schickimickis, 50er Schnur wahrscheinlich. Jo, das weiß ich gar nicht, das ist ein Käpt'n Vorfach. Du warst relativ erfolgreich, wie viel hast du damit gefangen? Sieben Stück. Sieben Stück? Hat ja auch Poolposition hier, weißt du, der Sand vertreibt natürlich über dem Stäben, weißt du, du kannst leicht mal vorne reinhalten. Aber, tolles Ergebnis. Ja. Wie schwer hast du den Pilger? 75. 75 Gramm. Ja. Blausilber. Und die meisten auf Pilger oder Beifänger? Pilger. Ja. Hier auf dem Kutter ist alles möglich, Gummifisch fängt, Pilger fängt. Ja. Leider die Jigs, die mir schon so viel Erfolg im Leben gebracht haben, sind heute nicht so der Brille. Hab auch schon ein paar Dorsche gefangen, aber eben nicht das. Kommt leider nicht an euer Ergebnis. Ne Marco, du hast dich auch schon gut gefangen, du bist ja der Eigner von dem Schiff. Du hast ja alles Pico-Bälle in Ordnung, also das Schiff ist in Ordnung, weißt du, die Besetzung ist in Ordnung, die Crew ist in Ordnung, also deine Unterkunft ist in Ordnung. Also wir fühlen uns hier richtig wohl bei dir an Bord und das ist ein beste Zeichen ist, was du hast ja selber schon Fische auf deinem Boot gefangen. Ne, also Petri Heil. Ja, wunderbar sind immer wieder. Ne, du bist ja nicht jeden Tag dabei, du bist ja glaube ich Koch vom Beruf. Richtig. Das haben wir gemerkt. Das Essen war vorzuglich heute Mittag. Ne, das hast du ja gekocht wahrscheinlich. Ne, also hier an Bord ist schon alles in Ordnung. Leider ist das hier oben in Asholm nicht so bekannt, weißt du, viele wissen gar nicht, dass das hier so einen tollen Kutter gibt und mit der Hundrum-Beservice. Man kann bei dir eben essen, schlafen und angeln, also was will man mehr. Ne, ich finde toll, dass du das hier alles so schön machst. Die Gäste sind zufrieden. Weiterhin Petri Heil und viel Erfolg. Dankeschön. Ich hatte ja so gehofft, mein Dorsch wäre unantastbar, ne. Aber dieser schöne Fisch hier mit 77, das ist ein richtiger Klopper. Den hast du rausgehauen und zum x-ten Mal bestätigt sich meine Vermutung, ne. Damit hast du ihn gefangen? Ja. Das ist ein richtig großer Gummi hier für den heutigen Tag. Das ist so Hechtformat, ne. Man kann sehen, man kann die großen Dorsche selektieren, ne. Und so einen will ich jetzt auch noch. Darum gehe ich jetzt wieder angeln. Ja, hier haben wir einen alten, erfahrene Meeresangler. Wir kennen uns schon etliche Jahre, treffen uns immer mal wieder an Bord, egal wo. Also für dich ist das immer noch die Leidenschaft zu bilden, zu fahren, ne. Bis der Stammkunde nimm. Und der Sportfreund hat nicht auf Qualität geachtet. Hat einen richtig schönen großen Dorsch drauf. Und der Dorsch hat ihn den Sprengring einfach aufgezogen, wie ein Klavierband. Also man wollte schon darauf achten, dass man hier beim Meeresangeln auch schon Qualität kauft. Also die Sprengringe und die Drillinge sind sehr wichtig. Also die müssen immer schön scharf sein und die Sprengringe schön stabil. Aber du fischt ja noch richtig klassisch. Also mit Pilger und zwei Beifängern, das volle Programm. Kannst du uns das eben nochmal zeigen? Ja, kein Problem. Guck mal. Das ist das, wo wir früher eigentlich immer gefischt haben. Pilger mit Drilling und zwei Beifänger in die Schnur eingeknotet, ohne Drehperlen, ohne was. Funktioniert. Schöne dicke, monophile Schnur als Vorfach, geflochtene Schnur auf der Hauptschnur. Schöne große stabile Rolle. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Auf einem Platz, der bei den Anglern nicht so beliebt ist, du stehst hier quasi in der Mitte. Ja, ja. Aber du fängst deine Fische und das ist wichtig. Mach weiter so, mach dein Petry heil. Dankeschön. Und wie ihr seht, es gibt nicht nur Dorsche, es gibt auch noch richtige Schollen. Also das ist eindeutig eine Scholle, die der Sportfond hier gefangen hat. Und das ist schon eine Portion, da wirst du da schon satt worden. Ich wüsste das schon. Also eine Scholle, eine Scholle erkennt man daran, die ist sehr schleimig auf dem Rücken. Gerade bei den Plattfischen werden ja oft Fische verwechselt. Und die Scholle hat eben rote Punkte und hat keine Schuppen. Also die ist immer schleimig auf dem Rücken. Ich habe hier ziemlich lange Absinkfaden, weil ich eine recht dicke Schnur habe. Die meisten fischen so mit 0,10, 0,12. Ich wusste gar nicht, dass so fein gefischt wird auf der Ostsee. Und ich habe hier nur 0,16 da drauf. Da dauert das immer ziemlich lange, bis man 50 Gramm Kopf, die zwölf Meter durch hat. Ein schön gefärbter Tankdorsch. Ja, da sieht der stark aus. Ja. Richtig Bronze, ne? Ja. Schöne Farbe. Cool. Toller Fisch. Sollen auch nicht leben wie die Hunde. Nein, an diesem Tag musste wirklich niemand leben wie ein Hund. Doch auch der schönste Tag geht einmal zu Ende. Und schon ging es ans Einpacken nach Routen und auf die Rückfahrt. Hier bekam ich die Möglichkeit, mal einigen weiteren Spezialisten über die Schulter zu blicken. Nicht beim Angeln diesmal. Denn der Meister der Meeresangler zeigt sich gerade beim Filetieren. Andre half den Fischen in einer derartigen Windeseile aus dem Pelz. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Was nicht heißen soll, dass Horst dem nachstand. Denn auch er ist ein geübter Filetierer und nahm mir die lästige Arbeit ab. Doch Horst, das nenne ich mal einen super Service, dass du mal eine Dorsche filetierst. Aber ich sehe, das hast du noch nicht zum ersten Mal gemacht hier, ne? Naja, weißt du, wir haben ja schon mal den einen oder anderen aus dem Fell geholfen. Und ich freue mich, Herr Magde, dass ich deine Familie mal satt kriege mit schön frischen Ostsee-Dorschefilets. Na, da verlass ich drauf, du. Ich freue mich schon drauf. Du fassen unser Tag nochmal kurz zusammen. Heute Vormittag lief es ja relativ gut. Ein paar große jedenfalls dabei. Hat mich sehr gefreut, dass ich endlich mal wieder Dorsche gefangen habe. Heute Nachmittag war es dann sehr zäh, ne? Ja, absolut. Also, du weißt ja, die Weißzeiten sind ja auch sehr unterschiedlich, ne? Heute Nachmittag war es richtig deprimierend. Heute Morgen war eindeutig Gummifisch dominierend. Es war richtig schöne große Fische gefangen. Der ein oder anderen auch aufs Sieg. Du, was soll das? Wir haben gefangen, wir haben schöne Filets. Wir sind zufrieden. Hat ein gutes Werder. Schönen Dank, du, Horst. Wir sehen uns auf der Fischumfang DVD. Macht's gut.